Ja, horchamal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 im Afrängelisch. So, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Mit diesem Zeug hier. Wir machen weiter mit diesem Zeug, ernsthaft? Naja, boah. Jetzt dumme, tu mich mal mit hier. Ich bin gerade hier. Mit diesem unendlich nicht sterbenden Schauflerrad geschützt. Warum mache ich mir den kaputt noch mal? Egal. Wo sind wir denn hier alles? Das wird euch zum Schweigen bringen. Gut. Warum bin ich in diesem Menü? Ich wollte gerade irgendwas ganz was wichtig, tolles, entscheidendes, super gutes tun. Wow. Wie viel Beutel hatte ich denn da? Nicht schlecht. Einfach mal durchgucken vielleicht, was es hier alles gibt. Dolch kann ich eh nicht benutzen. Gut. Ja, relativ gesehen schon. Ja, aber ich jetzt damit nicht lange rum. Bech. Bech. Nein, nicht Bech. Heben wir auf. Gut. Er schillt. Mit 46. Heben wir auch mal gerade auf. Können wir das dafür verschleißen? Kommandant. Ach, das war auf See. Nein, sorry. Krampferl das Zeug. Ja. Zack. Und die Fackelabrik. Okay. So. Äh. Puh. Wo war ich den geblieben? Keine Ahnung. Jetzt hatte ich Schaufler und Trümmel im Gebiet verwendet. Kanonenkugeln um Waffenkammertüren zu öffnen. Sabotiert Munitionsstapel. Okay. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Wir könnten aber auch einfach durchgehen, ne? Oszillator. Hier. Und darf man das machen? Da. Da. Hm. Da. Wurschzei. Achso. Da hätten wir Desto wahrscheinlich aufmachen können. Hm. Da. Ist klar. Ist da mal irgendwo einer? Ich nicht. Nu? Huh. Wer denn? Was denn? Wo denn? Ich seh nichts. Wo bin ich? Ah, hier. Hier bin ich. Okay. Das ist ne Kanonenkugel. Ich will ne Kanonenkugel. Huh. Das ist der Böse. Stufe 50. Der ist auch noch ein wenig über mir. Und dann gibt es nicht einmal was. Ich fühle mich easy. Ah. Adrenalin näher sich maximiert. Ah. Ah. Ah, okay. Yeah! Bam, 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 bam! Okay. Ah, jetzt bin ich wieder draußen, oder was? Oder wo bin ich jetzt? Oh ne, ich bin wieder irgendwo durchgefallen. Gibt's aber nicht. Gibt's aber nicht! Was für ein Talent! Hab ich eigentlich immer. Doch nicht euer Ernst! Nein! Nein! Ist wenigstens noch was drin, was ich kaputt machen kann? Ich seh nichts. Alles gut. Hilft ja alles nichts. Ärgerlich, aber naja. Ach, warum mach ich das hier? Zählt ja alles noch nicht. Rückzug! Vitalität wieder herzustellen. Jetzt find ich ein wenig fülle. Lebenspunkte erhöhen sich. Braver Wolf! Net F, G. Net G, F mein ich. So rum. Okay. Einer! Einen, komm! Irgendwo. Ja, das ist doch perfekt. Bam! Aha! Und Stufenaufstich! Ja, sehr gut. Sehr schön. Was gibt's bei dir? Zeig mir, was du hast. Ne. Was? Schwerer? Was? Hier? Ui. Das kostet halt schon verdammt viel, gell? Aber das wär halt schon verdammt viel mehr. Hm. Nee. Nee, 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 nee. Das ist mir zu teuer. Das ist mir einfach zu teuer. Okay. Dann... dadurch. Gerd auf mich. Rückkopplungsschleife gestartet! Ja, ich kann euch auch hinlegen. Jetzt noch nicht. Das wär jetzt wieder was gewesen. Okay. Seht, was ich gefunden habe. Trypis. Trypsalris. Aha. Kannst du mal aufhören? Ich mein, was denkst du dir da dabei? Hä? Meinst du, das macht Spaß, oder was? Rückkopplungsschleife gestartet! Schau, jetzt muss ich dich hinlegen. Hast du zu fahren. So. Dann. Jetzt sollten wir mal wieder irgendwas zu uns nehmen. Was nehmen wir denn? 4% magisches Gespür. 50 Kraft und 40 Vitalität. Nehmen wir doch mal das. Kraft. Okay. Ähm, 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 ähm. Da runter. Okay, gehen wir nochmal da runter. Welcher Teil der Natur kann so aus der Reihe laufen, dass er diese Zerstörung hervorbringt? Das ist wohl die Frage, die wir uns alle stellen. Was wollt ihr wissen? Gut. Was müssen wir hier denn machen? Bringt nicht explodierte Feuerbomben zu Einwurfkästen der Abtei und blockt Messerabschüsse mit Schildgeneratoren der Abtei ab. Aha. Messer. Achso, da muss ich das reintun. Und irgendwas mit Schild muss ich irgendwas... Ich weiß es nicht. Ich mach einfach dich kaputt. Welche Sinne... Ich meine, man kann nachdenken oder man kann einfach alles ploppen was rum. Für irgendwas gibt's schon immer Punkte. Insofern. So, da vorne ist doch auf jeden Fall mal ein Aussichtspunkt. Da kann man nochmal in die Richtung zumindest gehen. Muss ich hier schon hoch? Irgendwo? Kann ich da hoch? Oder kann ich hoch? Müssen. Völlig falscher Ausdruck. Kann ich da hoch? Und wenn ja, was wird's bringen? Geht's mit da hin? Achso, ist einfach nur der Weg wieder nach oben. Okay. Will ich nicht. Was ist hier los? Ihr zwei. Kommt her. Na klar. Ihr natürlich mal... Nein. Hallo? Ähm... Nö. Na gut. Probieren wir mal sowas hier. Ja. Rückkopplung schleife gestatten. Ei, 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 ei. Seht's schon. Ich brauche mal wieder... Etere Sachen. Komm. Komm, das schaffe ich. Ich schaff's nicht. Aber ganz knapp. Aber sowas von knapp. Ach, Mann. Okay. Ja, mal einsteigen. PvP. Immer noch hinten. Uiuiui. Daran nichts. Das ist das PvP. Weil die versagen muss ich auch versagen. Haufen strahlenden Staubs. Spinnlbrocken. Zeug gibt's. Okay, jetzt tun wir mal nicht da rumdingsen, sondern tun jetzt einfach mal ruhig sein. Ich muss da irgendwo hin da. Wo ist der Aussichtspunkt? Und wie komm ich hoch? Dann ja immer mehr anstatt weniger. Und da ist jetzt zwar nicht explosierter A. Bist du schon wieder weg, Wölfchen? Du hast ja gar nicht lang durchgehalten. Dann verrecke ich doch gleich wieder, wenn das so weitergeht hier. Lead bei PonLC. Das ist gut, wenn die настроier wurde. Ja, und zwar nicht klar. ぉ. Ok, was ist das? Ach, die muss ich auch noch mit... Okay. Go! Ach nee. Was ist das? Feueropfer. Ach nee, das ist was anderes. Ha! Aua. Das haben wir gar nicht. Jetzt. Das jetzt. Hör auf! Handy, blödes. Was soll das? Und dann wird er davonlaufen. Das haben wir keinen. Okay, kann man das vielleicht doch da irgendwie abgeben? Den gestohlenen Messer. Jetzt brauchen wir das nochmal. Schildgeneratoren der Abtei. Verstehe ich nicht. Ah! Okay. Das war also in der Tat sowas. Und das ist jetzt eine Abtei, da ist eine Abtei, Vorratskiste. Schildgenerator. Was kann man damit jetzt machen? Schildblase. Okay. Ach, und da ist jetzt einer zum Beispiel, oder? Ich verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Also das, das ist mir persönlich, ist das jetzt zu, zu Dingsig. Ich glaube immer noch, dass ich da hoch muss. Weil es schon weniger Arsch war, der Weg wäre für ein, so ein Aussichtsding. Zugegebenermaßen. Rückkopplungsschleife gestattet. Oh, eine nicht identifizierte Farbe. Smaragdfarbe. Oh. Oh. Nee. Okay. Da, nee. Das ist, nee, 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 nee. Aber vielleicht von da drüben. Noch komplizierter. Ich liebe komplizierte Lösungen. Probieren geht überstudieren. Warum sollte man so einen Vorsprung entwerfen, wenn da nichts passiert? Weil man halt einfach lustig ist. Okay. Verstehe. Au. Was ist denn hier? Ach, da ist ein Wegpunkt. Kommen wir doch mal zu dem Wegpunkt. Wayne Grim Reaper. Wo geht's denn hier entlang? Warum? Ah. Was ist denn das? Hier. Hallo. Ist noch nicht für mich. Kräftigend. Aber gut, dass ich es einmal entdeckt habe. Ist ja nie verkehrt. Ein Dungeon. Zehn. Soll ich mal was investieren? Was ist denn das? Kraftanzug herbeiraufen. Ein neuer Trick. Was ist das? Und was heißt, den kann ich anziehen? Yeah. Yeah. Boom, 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 boom. Was ist das? Rüppelder Angriff. Ja. Selbstreparatur. Nein. Nein. Raus aus dem Anzug. Oh, da geht... Ah, da verliere ich also auch. Aha. Okay. Gut. Das ist jetzt wieder sowas. Das hätten wir mal wissen sollen. Ich steuere rapide auf die Niederlage zurück. Okay. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist gar nicht so einfach. Dann wieder dahin. Ja, ja. Gleich wieder weg mit dem Ding. Kann ich noch nicht. Okay. Stopp. Falsche Richtung. Rückzug! Jetzt müsste ich halt nur noch irgendwie die... Ja. Den Aussicht mal wieder, die Aussichtspunktechen da. Oder lass es mich anders formulieren. Wie zur Hölle komme ich hin? Jetzt haben wir erst einmal ein paar von diesen Dingern da. Ja klar. Ja, natürlich. Du rotst da von irgendwoher an. Und ich bin, ich bin natürlich wieder der Depp. Ja, natürlich. Immer auf mich. Immer auf mich. Ach, durchströmt mich. Au, 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 au. Schmerz erst mal. Was geht denn hier gerade ab? Wie viele sind denn hier überhaupt? Ja. Ich steuere rapide auf die Niederlage zu. Das wird aber auch wirklich nicht weniger ne, das ist ja echt der Wahnsinn. Wie soll denn da jemals hinterkommen, zu diesem, wo er immer das dann ist? Wahrscheinlich wird er, das ist einfach wahrscheinlich halt wieder, oh oh. Ah, was mach ich denn? Ich weiß nicht, was ich hier tue! Passt vor allem gar nicht mehr auf, was ich hier gerade mache. Na klar, du greppst dich nochmal ein, wenn ich nur einen Meter höre. Nicht effektiv, sagt das nicht. Du, hör auf! Ja. Rückkopplung, Schleife gestattet! Unglaublich, was hier abgeht! Mit überlegen Leichen, die ich plündern kann. Jetzt lasst uns doch mal da vorgehen. Ich würde... Das ist das Dings da. Das ist da oben. Ach, da kommen wir von der anderen Seite hin. Alles klar. Ich mach da rum. Hoffe ich, dass man von der anderen Seite hinkommt, ansonsten sehe ich da schwarz. Rückzug! Lasst mal mal Ruhe, lasst mal alle mal Ruhe! Mein kleiner Wolf. Braucht dich. Wo ist das? Da! Da bist du! Oh Gott, gibt's so viel! Oh Gott! Zipte! Schulterdingen! Schlichte! Okay, und was hab ich da jetzt alles gerade eingesammelt? Ich hab mal lauter Schwärter, hab ich gesehen. Ja gut, das Geruchsschwärter, das krieg ich nicht. Aber das könnte ich vielleicht mal verkaufen. Das heben wir mal auf, weil der Schwärter kann man immer gut gebrauchen. Das wird jetzt besser. Da brauchen wir es nicht aufheben. So was. Das hätte ich nicht vermutet. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss! kommen wir kurz vor... Dos! l